Hey Leute, hier ist wieder Leftplay und der andere Typ Nicht Gronkh Gronkh und ungesielt und in Gman Lesmiel In Lesblei Minecraft, oh mein Gott Ja Und ich hab hier eine schöne Maschine gebaut Meine Maschine Ich bin fertig mit meinem Gerät hier Ihr seht ja was es macht Der Mega-Miner Und wir haben uns hängt leider gebaut Kam also sein komischer Miner da Der hat mir jetzt schon über 20 Diamanten gebracht Wir meinen das sind hier Chunkfehler Das ist kein Miner, das hier einfach ein ganz langer Chunkfehler Genau Das sich immer weiter ausbreitet Der Server ist... Und seht doch mal was hier jetzt durchkommt gleich Die Thailand sich unten angekommen sind Bisschen viel Aber wir haben auch so offline noch ein bisschen gefarmt und gemacht Mhm Um jetzt MFSUs zu bauen Genau Bam Noch ein paar wichtigere Sachen Wir haben auch... Ich hab meine Energiepläne Meine war... Idee war das Deine Idee, meine Umsetzung Äh... Werde ich jetzt machen Beziehungsweise erst wichtige Dinge Hängt leider Okay, ich hab schon wieder meine Lava-Energie umsetzen müssen Weil dieser Miner einfach viel zu viel Strom frisst Vielleicht haben wir einen nach oben gesetzt Und äh... Hier kann ich mal Shadern machen Ja Und zwar... Bam Bam 46, oh mein Gott Was 46? Ich hatte schon noch 43, oder? Wo können jetzt die anderen drei hier? Welche drei? Ich hatte letztens noch 43, jetzt habe ich 46 Diamanten Ja Ich hab 29 Und 1000 Kohle Als erstes bauen wir eine MFSU Dafür brauchen wir eine MFE Energy Crystal Viel Spaß, ich hab eine MFE schon Okay, mal gucken, was brauche ich dafür Okay, erst mal... Energy Crystal Wart, ich brauche 6x4 Dears Okay 6x4 Sind 24 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 So, wir müssen jetzt Bleibt uns doch genau Ein Diamant für die Quantum-Hose So viele Diamanten zerschreddere ich hier zu Diamond Dust Wie viel? Ist nicht mehr schön Erstmal 16 für die MFE Und der Elevator funktioniert wieder Das war ein kleiner Bug in der Config, den ich jetzt gefixt habe Der mich nicht gefasst hat Genau, ein Bug Oh Gott So, 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 so Bin ich froh, dass ich Advanced Circuits Auto-Crafting kann Ah Oder Electronic Circuits, ja 1, 2, 3, 4 Dann habe ich hier auch noch, glaube ich, schon Gold Cable, genau Und einen Machine Block, nur in Advanced Ich brauche aber, glaube ich, einen normalen, genau Ah, hier ist mein Bild Äh, was habe ich gesagt? 5 pro 4 sind also Nein 25 Nö, das sind 30 So, dann können wir uns schon mal, äh, Advanced Circuits Okay Die habe ich auch Ich habe jetzt voll behindert gerechnet, oder? Wo sind ich denn alle hin? Oh, ja Ich brauche 13 davon Ein ganz viel Redstone Ich habe jetzt 54 Energy und Dust Los, da, aha Und ganz viel Lapis So Dann haben wir gleich schon eine MFE 1, 3, 4 Juhu, 6 Energy Crystals Boom, MFE Jetzt kommt das Schwierige erst Schwierig nennst du das? Ja 6 mal 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ich brauche jetzt 1, 2, 3, 4 6 mal 2, 3, 4 6 mal 12 Electronics Circus Ich mache einfach das hier Zack, 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 zack Dann machen wir da raus Missing 55 Rapper, will ich mich verarschen Ich habe noch Rapper Ich habe noch Rapper Redstone fehlt mir Ah ja, und ich habe einfach mal mein komplettes Kupfer in Kupferblöcke verwandelt Weil die Platzwachen da sind So So, 13 Stück Holen uns meine Diamanten wieder Da brauche ich jetzt wieder Redstone Ah ja, das ist alles hier noch für Atomreaktor Notstromversorgung Auch, gebt mir einfach mal So, so Äh, was muss ich jetzt bauen? Die da Nehmen wir jetzt alles in den Kompressor rein Gut, dann brauchen wir jetzt noch Laps Jo, ich request jetzt gerade 10 Advanced Circuits Laps, Lazuli das Wie, die kannst du automatisch kraften? Ja Nice Du kommst nicht zu mir Oh Gott, es dauert jetzt wieder einen Tag Äh, das brauche ich noch Ja, das ist Lazuli 36 6 mal 6 36 Genau Guck mal, ich kann sogar rechnen Dein Dehre Dein Mathe-Dehre ist bestimmt ziemlich Stolz auf dich Sehr sogar Soll ich nochmal pennen gehen? Nein Okay Dann machen wir die Nacht durch Mir ist es egal, also ich brauche es eh nicht Oh, jetzt ist es schon wieder ein grossen Alter Ich muss eh nicht pennen gehen Und nach den Zettel mal wieder Du musst Nicht So, und gleich habe ich meine verschissene MFSU Weißt du, ich habe gestern, äh, gestern meine tolle Schokolade von Weihnachten gegessen Ja Die war noch sehr gut Hä? Advanced Circuit Energy Crystals Advanced Circuit, nicht Electronic Circuit Ja, ich weiß Manche Oh Gott, dauert es lang Zack, ah, da geht's doch Ich habe jetzt derzeit fünf Advanced Circuits So So Gleich steht sich dein Creepaint-Me und mach dein Mal Advanced Machine Block und Bam, badadadam, bam Ja, du machst per Hand Ich habe keine Lust, das per Hand zu machen Wie? Machst du erst ein Automatisches Crafting? Oh Gott, jetzt Alter, bist du behindert? Warum schlägst du mich? Weil ich mich erschreckt habe Boah, was machst du denn? Geh mal pennen Boah Alter, bist du irre? Spinnst du? Oh mein Gott Ja, also, so darfst du nicht machen, Alter Spinnst du? Ja Man muss doch nicht gleich so reagieren Das kostet dich jetzt eine MFSU Am Arsch Oh mein Gott, du spinnst doch, Alter Gut, dass hier mein Grabstein ist Oh, leck mich doch am Arsch, Alter Wie? Ja, und wo ist mein restliches Zeug? Im Grabstein Nein Du hast was aufgesammelt Nein, das liegt da Nur ein Oxygen Tank Wo? Wenn du jetzt den Grabstein kaputt Da Wenn du den Grabstein kaputt machst Ploppt das da raus Du gehst weg Weit weg Boah So darfst du echt nicht machen bei mir Einfach da Schlimmsort Gut, ein Hit, Alter Ich habe nur Rüstung, das kriegst du doch zurück, definitiv Hier kann ich doch nichts für Jetzt hast du den Krieg angezettelt Oh nein Oh nein Atomschutzbunker bauen Oh mein Gott, jetzt nimmt er sein Nuklearreaktor und schrinkt als in die Luft Nö Ich baue nach Atombomben, was dort weistert eigentlich Warum? Tadaa, MFSU, Bitches Stimmt, ich könnte ja mal noch ein Basic Machine Basic Machine Casing, kann ich das Requesten? Sie füllt sich Sie füllt sich Ich war die Quantenose Advanced Aloys, juhu Wie lange hält das? Metal in Gott, hast du sie noch? Alloy Oh mein Gott, sie füllt sich, sie füllt sich, verdammte Scheiße Gut, sie kann es jetzt füllen Sechs Iron, ne, zwei Iron Plate Zwei, ne, drei Iron Plate, drei Bronze Plate, drei Tin Plates, genau Ich komme mal zu dir, ne? Mhm Iron Tin Bronze Das beeindruckt mich wenig Ah, jetzt habe ich sogar Rüstung Ja, jetzt ist es logisch Nur so, ich kann mich immer noch teleportieren Ja, ich habe gleich auch einen Teleporter, dann ist das nicht so verbauen Ja, und dann kommt die neue Energie Und dann kommt die neue Energie Okay, machen wir uns mal sechs Lapotron Crystals Zwei Advanced Machine Casings, okay Alloy haben wir nicht Mixed Metal, ne Oh nein, ich muss die MFE abbauen Advanced Circuits, oh, das wird Es bleibt es drin, wenn ich die MFE abbaue Ich meine schon Die Energie Ich meine schon Das muss ich wie Coal Oh, ich habe 448 Coal das Oh, ich habe da Silber Silber das, ne? Jawohl Stimmt, ich habe ja so viel Coal gemacht 4 plus 8 4 plus 8 Warte, wir machen das nicht so schlecht rechnen, das ist blöd zu rechnen 8, dann brauche ich 16 Hast du zufällig nur Energium Dust? Nein Von den Teleportern übrig Nö Mach dir selbst Ja Kann halt nicht hin Nö Ah doch, ein Energium Dust Das hilft mir nicht Das hilft mir nicht 4 Redstone hole ich mir direkt mal Nein, nein, ihr wisst nicht wer damit macht Ich schneid's raus Das sind nicht die Druiden, die ihr sucht Oh, da ist es doch Iron, Bronze 10 Nein, nein Oh 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 Aber Oh 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 Ah, ne. Wieso machst du ja HV-Käben? Ich hab aus Versehen das Eisending falsch gestellt. Ah. Templates und noch Bronzeplates. So, so, so. Scheiß scharf, wenn ich noch einmal in Schlafseh-Töne. Schreibensplates musst du mir. Heute Morgen hat einfach mal DHL bei mir im Haus geklingelt. Das ist so schlimm, wenn die so früh klingen. Um 11 Uhr. Wenn man dann noch schläft. Ja, der schläft ein normaler Mensch noch. Ja, du bist nicht normal. Ja, ich hab sechs Stunden geschlafen, das reicht. Du bist ein Cyborg, du darfst nicht schlafen. Juhu, zweimal Mixed-Metal-Ingots. Krieg ich noch meine Circuits? Hast du noch Essen? Ja. Gut. Ich brauch Essen. Aber nur, wenn ich bei mir, äh, bei dir meine Quantum-Hose voll aufladen darf. Nein. Wenn ich dich einmal erwisch, dann töt ich dich. Ja, hier hast du Dinge. Ich hab genug Essen machen, willst du mir jetzt Essen anbieten, ist so vergiftet. Dein Essen. Ich weiß. So, und jetzt brauch ich bloß noch... Och, Mann, ein Advanced Circuit. Eil dich doch zu blödes Teil. Jetzt geh ich die MFE holen. Glas. Potato. Äh, 12, 24. Jetzt noch dieses komische Nerd-Joom-Dust. Ach, du machst das gerade zwei Teleporter? Ja. Dann brauchst du noch einen Frequency-Transmitter. Ja. Mhm. Außer du nimmst meinen. Was sich aber ein bisschen was kostet. Äh, ich muss erst mal meine thermale Zentrifuge anmachen. Um dann noch, äh, Silber zu gewinnen. Und zwar aus Goldohr. Oh. Ja, jetzt kommen die Schlauze. Ich hab eben gedacht, ich seh da, dass keine Lava in meinen Sachen drin ist. Mystery, ja. Großer Moment. Ich baue die MFE ab. Yeah. Storage. Drei Millionen. Okay, das ist okay. Äh, oh mein Gott. Das hat hier gerade geblitzt. Wo? Ich hab ein Problem. Ich brauch noch einen HV-Transformer. Oh ja. Ach, wie schön. Ich brauch dann noch einen HV-Transformer. Als ein Gewitter beim Aufnehmen. Nur so viel Spaß, einen HV-Transformer zu machen. Ich brauch keinen. Doch. Nein. Das ist ja das Schöne. Hä, warum? Ja, keine Ahnung, weil das in der Version, ich brauch nichts, explodiert dann. Also die Kabel gehen nicht kaputt. Gar nichts. Tada, eine MFSU Storage 0. Danke dir. Gern geschehen. Immer wieder gerne. Okay. Dann nehme ich mir noch ein Tin-Cable mit. Da, was war das für ein Kabel? Nehmen wir mal Kopfer-Kabel. Irgendwelche Cables. Hier habe ich noch ein Insulated Tin-Cable. Acht Stück? Ja, acht Stück. So, mein Storage hat sich jetzt von 4 Millionen auf 40 Millionen hochgetrimmt. Okay, das dürfte reichen. Okay. Ich mache bei mir lieber Fenster zu. Oh nein, jetzt habe ich einen MV-Transformer abgebaut. Scheiße, ich bin das so ein Vollidiot. So, gut, jetzt muss man noch der Blitz in meinen PC einschlagen und dann ist es perfekt. Bäh. Den tue ich nicht wiederherstellen. Na, das war jetzt einer zu viel. Okay, die Energie läuft. Egal. Tatsächlich. Ah, genau. Das bedeutet doch, dass ich einfach die MFSU zu meinem Haus leiten kann. Dann wird der Teleporter viel schneller geladen. Oder so. So werde ich es auch machen. Acht Stück davon. Äh, zwei Electronic Circuits. Da habe ich sogar noch zwei. Gut. Und noch Copper Cable. Ich hoffe, die Bad Box ist jetzt nicht in die Luft geflogen. Wenn die jetzt wieder wegen dir in die Luft geflogen ist, weil du mir was gesagt hast, wie vorhin. Ja, nur die Geräte explodieren, ne? Jetzt echt? Die Kabel nicht. Die Geräte, ja, die Kabel nicht. Okay. Okay. So. So, äh. Es wird wieder Nacht. Können wir mal schlafen gehen. Ich habe Angst, dass wieder ein Spirit hinter mir steht und ich ihn wieder totschlage. Wenn ich hinter dir stehe und du mich totschlägst, gibt es Ärger. Oh, die CSU ist schon wieder voll. So einen hohen Energie-Output habe ich. Wie voll ist jetzt eigentlich deine da? Deine MFSU? Meine hat gar nicht. Also die läuft nicht weiter bei Nacht, deswegen gehen wir mal schlafen. Nö. Doch. Ich habe aber keine Interesse daran. Okay, jetzt mal schlafen. Geh schlafen. Ja, ich muss erst zu meinem Haus kommen. Levin. Wieso bist du nicht in deinem Haus? Ich bin im Kraftwerk gewesen. So, und jetzt inspiziere ich noch die Bedboxen. Schlafen. Die sind tatsächlich noch alle da. Schlafen. Warte. Tatsächlich. Okay, dann geh mal schlafen. Das ist kein Wort, das ich kenne. Ja, du kannst ja auch kein Wandul. Oder Banu. Oder Xi'an. Oder Deutsch. 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 Deutsch ist zu hoch für mich, das kann ich nicht. Weißt du eigentlich, dass wenn man Hühnersprudel gibt, dass die das nicht verdauen können und dann explodieren? Hat mal jemand gesagt. Ja, weil die die Kohlensäure irgendwie nicht vertragen. Mama, hol mir Sprudelwasser. Okay, dann geht's jetzt mal los, meine Mega-Insel zu bauen. Neue Energieversorgung. Windmühlen. Was? Mhm. Was? Ich requeste mal 10. Missing. 9 insulated tin cable. 116 iron ingot. 10 Öfen. Oh, ich brauch Cobblestone. Egal. Schmeiß den Generator an. Stimmt. Furnace. So. Ich kann alles auto-craften, außer einem normalen Ofen. So, 10 Stück. Was brauch ich? Missing 10 Furnace. Ähm, ja, dann hab ich hier alles, ne? Jo. 116 iron ingot. Kann ich noch die 3 CSUs hier? 1, 2, 3 und ganz viele Cobb-Bug-Gable. Ich muss ja die Leitungen verlegen. Die Leitungen? Zum Teleporter. Okay, und Insulated Tin-Cable brauche ich dann noch. Kann ich mal gleich holen. Oh, warte, kann ich das mit-craften? Ach, noch 3 Tiny Piles of Dingensburg. Warum kann ich Copper-Cable craften, aber keine Tin-Cable? Guck, die haben noch Energie in sich. Ich muss mal kurz das umswitchen. Es wächst. Meine Energie wird mehr. Es vermehrt sich. Hier ein Copper-Inkel zu Un-Insulated-Tin-Cable. Allerdings nur sehr wenig. Lass mal ein Metal-Former-Requesten. Nur ne Crafting-Logistic-Pipe. Dann brauche ich auch wieder Energie. Du brauchst nur so richtig sinnlose Sachen machst du automatisch. Weißt du das eigentlich? Warum? Ein Metal-Former-Automatik-Craften. Ne Crafting-Logistic-Pipe. Ich kann doch daraus Kabel machen. Jetzt brauche ich bloß... So, ein Silver-Dust. Ein Tin? Jetzt kommt auch der magische Moment, aber ich muss es wieder auf eine Line machen. Äh, Frequence. Nö, weißt du was, das lasse ich nicht automatisch craften. Was kann man da noch rein? Glass-Fairer. So, ich habe nämlich jetzt hier drüben noch was frei. Boom! Und boom! Zeig dir, Mann. Habe ich mir noch den Electronic-Socket für den Frequence-Transmitter. Oh Gott, es ist hier drin dunkel in dem eigenen Raum. Ich kriege jetzt mal den Electronic-Socket. Wie viel Windmühlen hast du eigentlich schon? Windmühlen, ich glaube, zwei Stück. Echt? Aber ich kann die Automatskraften lassen. Ja, cool. Ja. Gut, solange der hier noch das macht und tut, baue ich da schon mal meinen Teleporter-Raum. Ja, dann muss ich auch noch bauen im Elevator. Ah, und was ich vorhabe, einen neuen Ausgang und Eingang für mein Haus zu bauen. Hier. Dazu müsste ich theoretisch direkt hier durchgraben. Was irgendwie ein blöder Ort ist. Weil dann lande ich hier in der Decke und das ist blöd. So. Deswegen muss ich mich hier durchgraben, genau. Weil dann kann ich mich auch gleich hier durchgraben. Das ist viel geiler. Ja. Und hier kommt ein... Oh. Shader. Hört auf zu blinken. Deine Shader blinken. Ja. Raked Potato. So. Hast du genug Eisen? Ja, bestimmt. Juhu. Requested 10... 40 Iron Ingots und 10 Generators. Okay, die werden jetzt erstmal gemacht. Währenddessen entscheide ich mich dafür, irgendwie mein Teil hier zu graben. Hm. Eigentlich will ich den ja hier haben, ne? Kann man eigentlich den Pressure Plate auf den Teleporter setzen und der funktioniert dann? Ja, das geht. Gut, dann kommt da eine C-Serie. Ist aber blöd, wenn du dich zurückteleportieren willst. Hast recht. Weil dann landest du wieder auf der Pressure Plate und wirst wieder in die andere Richtung teleportiert. Dann ist das doch nicht so schlau. Oh Gott. Um dieses Projekt zu starten, brauche ich... Kommt da jetzt hier so hin. Da eine und da eine. Und es gibt nur ein Gerät, was das machen kann. Und es gibt nur ein Gerät, was so gut meinen kann. Meine Turtle. Der Gerät. Die nicht mehr existiert, weil ich nicht mehr weiß, wo die ist. Wo ist meine Turtle hin? Nichts in dieser Kiste. So, CSU1. Guck in diese Richtung. Du hast meine Turtle geklaut. Ja, tut mir leid. Oder war das die noch da drüben? Die ist bestimmt an irgendeinem Queryloch. Wieso am Queryloch? Weil ich sie da irgendwann mal reingetan habe. Oh, hier ist noch Eisen drin. Ganz viel. Scheiße, jetzt kriegen wir das Problem mit den Kabeln. Welche Kabel? Ja, alle Kabel. Alle laufen hier kreuz und quer. Und ich muss irgendwie dorthin kriegen, dass ich eine Verbindung zu den Cesus bekomme. So, erstmal provisorisch. Du weißt aber, dass die Cesus oder so genau neben dem Teleporter muss. Ja. Sogar drei Stück dran. Ja, mir reichen zwei und das geht auch. Okay, er craftet immer noch. Wie man hier sieht. Hauen wir jetzt mal alle Overclocker-Upgrades, die ich besitze, da rein in den Metal-Former. So. So. Der kommt aber nicht genug Strom rein. Das kann eine gute Anbindung sein. Nur gleich werde ich gleich alle meine Cesus leersaugen. Q. Gut, dann werde ich mal mit meinen komischen, tollen Carriages dir was zeigen, was man da tolles machen kann. Und zwar kann ich ja Sachen teleportieren jetzt mit den beiden. Habe ich übrigens benutzt für Höllenenergie. Cheater. Jetzt Cheater. Äh. Genau, ich nehme mal ein paar Stacks Gerd mit und baue mir die Anzeige auf. Äh, 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 äh. So, ich habe schon zwei, äh, Generator. Und somit zwei Windmülls. Windmülls. Mhm. So, ich habe ein Frequency-Transmitter. Und noch, äh, Fest, nee, nicht Fest, äh, Covers. Fest Transport Pipes. Nee, Covers, genau. So. Nein, jemand schillt bei mir. Ich muss mich hier schützen. Okay, bin noch kurz eng. Jetzt habe ich mich verzählt, man. Drei, Sechs, Acht, neun, zehn. Okay. Muss immer genau so sein. 23 bis 33 müsste das jetzt sein. Bin ich jetzt hier drauf? Immer eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Perfekt. Dann kommt nämlich jetzt hier die Mega-Insel, die ich dann noch ein bisschen hochfahren werde. Äh, schon wieder verzählt. Sechs, genau. Acht, neun, zehn. Ah, das ist so ein Thema DHL. Komm immer an den unpassenden Momenten. Wie mache ich jetzt einen Kreis aus zehn Sachen? Du lädst das Programm aufgetörteln und lässt den einen Kreis machen. Deine Idee ist nicht schlecht. Äh, voll, 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 jawohl. Nur mit dem Hank leider kommt man auch nicht höher. Äh, ich rate. Gut, dann brauchen wir jetzt Dörf. Nein, nein. Ich bin von meinem Teleporter-Plattform gefallen. Oh, jetzt muss ich mich wieder hoch teleportieren. Jetzt mal gucken, wie das aussieht von hier unten. Genial. Diese Insel kann so mega krass groß werden. Schon wieder Claude Demi Ideen. Nein, das war meine Idee. Mit der, ne. Egal, du brauchst eine Insel, ich brauchst Besseres. Ich baue eine Insel aus Gras. Warum schmeiß ich jetzt den Dirt weg? Ich brauch den Dirt. Du brauchst Dirt. Das ist schlicht. Hexa. Schlicht. Glowstone. So. Äh, Glas. Wollen wir mal kurz schlafen gehen? Gerne. Hast du jetzt aber nicht wirklich deine MFSU an deine Solarzellen angeschlossen? Ähm, nein. Doch. Ich höre einen Zombie. Klar, das war meine einzige Energiequelle. bis, ja, fast meine einzige. Kohle? Kohle. Ja. Kohle hin oder her. So, ich bin oben. Hier läuft's auch gleich mal zehnmal flüssiger. Äh, genau. Oh Gott, hier ist ein Enderman. Nicht, wenn ich nach unten guck. Der will mal, der will mir mal eine MFSU klauen. das wäre sowas von episch. Fuck off, hab ihn angeguckt. Ach, ich bin so entdeckt, das ist viel zu viel. So. Der ist weg, wo nur? Das wären doch dann insgesamt sechs, dann kommt hier drei. Oh nein, er hat mein Teleporter. Nein. Das ist zu groß. Vier. Drei. Es regnet grad Dirtblöcke, wenn dich das wundert. Ja, bei mir? Ha? Und dann kann ich schon mal, dadadadam. Äh, hoffentlich reicht das, bitte lass es reichen, bitte lass es reichen. Jawoll, 88 Windmelz. Genauso viel brauche ich. Ja, noch mehr, noch viel mehr. Yes. Noch so ungefähr das Vierfache davon, aber egal. Es passt, was ich hier gebaut habe. Ich nehme jetzt so schöne Farben, weil wir die Wolle hier nehmen. Gut, dann lasse ich den Rest die Törtel machen. Nein, dann muss ich ja wieder runter, egal. Ich hab's ja. Und dann baue ich dieses Teil hier noch ein bisschen höher. Okay, und ein toller Sprung mit dem Paragliter. In unserer schöne, schöne Welt. Dann gehe ich in, äh, wo soll mein Riesenteil stehen? Auf jeden Fall nicht dort, wo meins ist. Ich glaube, übers Wasser. Wenn auch meine Solar-Pelns nicht beeinflusst von. Ja, ich baue mich hier mit, äh, Dirt hoch, äh, weil, da Jetpack bei einer gewissen Höhe aufhört. Oh, ich hab grad zehn Windmühlen schon gemacht. Das bedeutet, ich hab schon 50 EU-Pöttik. so. Ach, ich dachte, die Windenergie ist scheiße. Wer hat es gesagt? Du. Na super, jetzt muss ich wissen, wo fangt der jetzt an? Der fangt an. Hier, genau. Das bedeutet, ich stelle jetzt hier die Turtle hin. Äh, nicht so. Bin auch ein Vollidiot. Ach, wunderschön, diese Welt. Mit seinen Ecken und... Mach das Ding jetzt hier rein. Mistack. Mal Refuel. Ja, so geht's besser. 533 reicht. Edit Kreis. Wir haben jetzt ein Radius von drei, den vergrößere ich jetzt mal auf vier, dann dürfte es funktionieren. Vertraust du meinem Kreisprogramm? Äh, ja, weil ich es auch benutzen werde. Juhu. Und hier funktioniert jetzt mein Jetpack gar nicht mehr. Nö, das wird nicht funktionieren wieder, das macht scheiße. So. 230. Kommt hier erstmal der Teleporter hin? Hm? Linkage. Das kann nicht funktionieren, wie der das macht. Guck mal. Vier, drei, zwei, eins, eins, drei, vier, hä? Meine Haare. Nö, funktioniert nicht, wie die Turtle das macht. Nein, verbaut. Nein, meine Turtle! Hab ich die jetzt aufgesammelt? Ja. Und hier ist mein ganzer Stack Dirt irgendwo hingefallen, dort hinten. Scheiße. Ich hab ne Craft... Nein! Was ist passiert? Ich hab ne Crafting Cable vergessen und noch runter gefallen bin ich. Oh Gott, dieser Kreis ist so schlecht. Ich hoffe, dass meine Turtle einen besseren Kreis irgendwie hinbekommt, als ich. Und wieder hoch. Super, jetzt kann ich hier die ganzen Dirt-Scheiße abbauen. Ah, verdammt. Nein! Oh, ich bin zu... Ich hab versucht, es Jetpack zu benutzen oben. Typisch, ne? Weißt du, was ich mach? Ich werd jetzt ne ungerade Anzahl nehmen, genau, ich werd jetzt fünf nehmen. Äh, Crafting Table. Genau, das hab ich, das hab ich, das hab ich, das hab ich. Und wieder hoch. Äh, genau. Wow, zwei Windmills von 88. Ich hab schon zehn. Mein System ist auf jeden Fall schneller als seins. Das hängt jetzt nicht. Die Generators fehlen. Die Generators werden wo gemacht. Oh, warum ist dann doch? Hier und hier fehlt der Iron Furnace. Und der Iron Furnace wird wo gemacht? Jetzt nehmen wir noch einen Stack dort mit. Da unten. Und da fehlen die Eisenplatten. Ja, geil. Funktioniert nicht so, oder? Ah, dann Autocraft. Nein, der Krieg, äh, die, er ist Krieg, die Eisenplatten, wo, äh, gegen die woanders sind. Und dann, äh, erst in, bei den Iron Furnaces. Aber ohne die Iron Furnaces können, kann er nix machen. Ach so. Ja, dauert es noch ein bisschen was. Und habt ihr eigentlich hier mein Backpack gesehen? Das ist doch so dumm, was ich hier jetzt wieder gemacht habe. Ah, super. Jetzt kann ich mal kurz, wie groß ist denn dann der Umkreis, wenn ich 5 als Radius eingehe? Hier drüben. Und ich habe eigentlich hier unten schon jede Menge Overclocker-Upgrades reingehauen, aber die kriegen alle gerade nicht genug Strom. Oh, Stromproblem. 5 als Radius. Das muss ich jetzt mal kurz ausrechnen, und zwar... Aber das ist immer noch scheiße schnell. Der jetzt nicht so, aber... 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1 plus 1 plus... Guck mal, wo das alles ausgezogen wird. Wie hier alles leuchtet. Ich habe hier von... Oh Gott, jetzt muss ich den Radius angucken. Hm. Ich rate. Ich gehe noch eins raus, wenn das 4 war. Ich mache jetzt 5. Mal gucken, ob der Kreis hier jetzt toll ist. Das Problem liegt echt bei den Dingen sind es hier. Iron Furnace. Das ist, das ist, das ist. Edit. Kreis. Radius von 5. Die müssen wir jetzt mal das vormachen. Ah. Oh, es wird gemacht. Glaube ich. Du, Radius von 5 wert auf dein Werte. Ich will es hier aus 2. Nimm mal 4 dann. Egal, einfach mal machen lassen. 2 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1 plus 1 plus 1. Wir werden gleich irgendwann schon so Sachen haben. Plus 1 plus 1. 5. 15. Wäääh. Bedeutet, diese Turtle kann hier nicht? Ja. Landen egal. Jetzt habe ich hier 11, 12, 13, 14, 15. Es ist echt notwendig, dass ich das da oben hin baue. 16, oder? Ah, das ist jetzt 15. Ich rechne jetzt einfach mal aus. Hier kommt dann 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das ist halt am Arbeiten alles. So muss man das machen, nicht anders. Also werde ich dann hier haben. Kann ich mir gleich mal die Törtchen mit diesem komischen Kreisprogramm auszuleilen? Ja, warte. 2, 3, 2, dann kommt hier 4 durch 1, 2, 3, 4, dann kommt nochmal 1, 2, 3, dann kommt 1, 2, dann kommt 1, dann kommt hier 2, 3. 4, dann ist das ja die Nummer 5. Wie ist das, wenn du von deiner Plattform springst und wir schlafen gehen? So. Ach, ist das jockelhaft. Dann gehe ich hier hin, mache ich das Kreisprogramm an, Kreis, dem Ratius von 5 und dann springe ich hier runter. Ja, nur mit dem Henk leider. Der formt, der formt. Guckt euch die Röhre hier an. Einfach so mega heftig. Willst du jetzt schlafen gehen oder nicht? Äh, ja. Gut. Sleep tonight. Ah. Ich brauche 32 Generators für mein Teil. Für meine Windmühle. Okay. Definitely. Du hast auch mein Teil.